Hallo liebe FCK-Fans, der Krause und ich sind heute Türchen neun. Von unserem Partner RPA1 könnt ihr zwei VIP-Tickets in der Lanxess Arena für nächstes Jahr gewinnen. Und der Krause hat auch noch was mitgebracht. Wir haben heute für euch eine Babyjacke, eine Babyhose, ein Baby-Sweater. Darauf gibt es heute wieder satte Rabatte im Shop und außerdem werden sie auch verlost. Wir wünschen euch beide eine schöne Weihnachtszeit. Frohe Weihnachten euch allen!